Die Daiblers sind da. Steffen und Markus Daibler gehören zur nationalen Spitze. Elite-Team-Mitglieder des Deutschen Schwimmverbandes, neben Biedermann und Steffen. Ich finde es schön, dass aus 4 Sportlern, die in Deutschland im Elite-Team im Schwimmsport sind, 2 aus der Familie Daibler sind. Verdient haben sie es sich. Mit guten Ergebnissen Olympia in London. Als alle Patzen überzeugen die Daiblers. Steffen wird über 100 m Schmetterling Vierter. Bruder Markus erreicht 3 Finalläufe. Sie sind die erfolgreichsten DSV-Schwimmer des letzten Jahres und können sich richtig einschätzen. Britta mit ihren Olympiasiegen und Paul mit seinen Weltmeistertiteln und Weltrekorden haben natürlich schon was erreicht, was wir noch nicht erreicht haben. Letztes Jahr bei den Spielen waren wir eine der wenigen, die ihre Leistung gebracht haben und im Finale waren überhaupt. Daran gilt es anzuknüpfen. Sportlich wollen sie dieses Wochenende die Qualifikation schaffen für die Weltmeisterschaft in Barcelona. Ich habe auf jeden Fall das Ziel WM-Finale. Ich will mich da in der Weltspitze festsitzen und natürlich langfristig für Rio dann ganz vorne ankommen. Ich bin 8er geworden bei den Spielen letztes Jahr und ich will mich natürlich steigern. Und dann ist für dieses Jahr, denke ich, Top 5 ein gutes Ziel. Die Daiblers sind da und wollen mehr. Olympia 2016 als großes Fernziel. Steffen und Markus Daibler sind oben angekommen. An diesem Wochenende in Berlin.